Hier spricht Ostra, das ist folgenreich mit Saga Frontier 2. Vielen Dank, ein Hählchen. Und wenn du auch folgenreich haben willst, dann schau doch mal die Livestreams vorbei. Immer samstags verlose ich jetzt im Moment, beziehungsweise, ja, doch, verlosen ist das richtige Wort. Verlose ich im Moment folgenreich folgen. Ist ja auch ganz interessant, wie man im Moment ein bisschen an die Folgen rankommt. Natürlich, das zum einen. Und zum anderen natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal Game Risp anschauen würdet. Und die Seite, mit der man mich natürlich auch unterstützen kann, wenn man denn ein paar Flocken locker machen kann im Monat. So, Punkt. Und, ja, es hilft, Content live und so. Alles am Leben zu halten. Genug von meiner Werbung. Mehr vom Saga Frontier 2. Wir sind... Wir sind immer noch im Aquaturm. Ich weiß nicht, warum. Ich will hier nur weg. Aber, ja, wir müssen immer noch diesen Turm rauf. Ich weiß nicht genau, wie wir hier rauf wollen, aber wir werden es versuchen. Und dann werden wir die ganze Welt, beziehungsweise diese wunderbare Wüste, wieder mit Leben und Wasser füllen. Wenn alles denn so werden soll, wie wir uns das denken, was ich hoffentlich... Was auch hoffentlich passieren wird. Und dafür müssen wir eigentlich wieder da rauf. Äh, entschuldigen Sie. Der sieht mich nicht, der Gegner. Das ist dein Ernst. Dankeschön. Ja, aber wir sind hier schon lange genug rumgelatscht. Ich sag's, wie es ist. Das war dumm. Wir sind hier lange genug rumgelatscht und wir wollen definitiv hier nicht mehr sein. Das ist so. Das muss so sein. Und ich weiß auch, so langsam könnte diese Episode enden auch, weil das Spiel extremst interessante Sachen für uns bereit hält. Ihr wisst, um mal so zusammenzufassen. Gustav ist schon tot. Wir spielen gerade den Sohn von William Knights. Sind also ein ganzes Stück in der Geschichte vorangetrieben. Und haben ein kleines Mädchen gesehen, welches das EGG besitzt. Und ihr wisst, William Knights hat das EGG eigentlich im Meer versenkt. Und eigentlich dachten wir, oder wir dachten eine ganze Zeit lang, wir sind dieses Scheißding los. Anscheinend ist das nicht so. Und jetzt die große Frage. Was machen wir nun, da das EGG... Hier sieht alles gut aus. Wie komme ich weiter nach oben? Das war die Frage, die ich mir nicht so richtig beantworten konnte. Oder die wir uns alle nicht beantworten konnten. Wie komme ich wieder nach oben? Weil das hier geht auch nach unten. Und hier geht es nicht weiter. Oh, ich denke von hier kann man nach oben. Ach so, da kann man jetzt einfach lang klicken. Coffee Agro. Voll fies. So, auch dieser Turm, das Teil des Turms geht auf. Und auch hier strömt Wasser durch. Und versuch mal an dem ganzen Bösviech vorbeizukommen. Sehr gut, weil wir haben nichts zu looten. Und vielleicht kriegen wir die Episode schnell fertig. Und können dann einfach nur, äh, hoffnungsvollerweise dann... Können dann einfach hoffnungsvollerweise ein bisschen Loot holen. Oh, da ist da was hinter. Da ist nichts hinter. Okay, da sind nur Monster hinter, die sich verstecken. So, aber ihr merkt, das Wasser fließt immer weiter nach oben. Vielleicht kommen wir ja gleich hier raus. Und können noch eine andere Episode starten. Fände ich natürlich persönlich richtig cool. Um das mal so zu vertiteln. Ich hätte keinen Bock. Okay, der hat mich noch nicht gesehen. Da ist noch Loot. Der war fies versteckt. Also du warst ganz fies versteckt, mein Süß. Aber weißt du was? Ich bin immun gegen Wasserattacken. Also, komm ruhig. Komm und versuch dein Glück. Kleiner Wackelpunkt. Wackelpuddingartiger Freund. Ich werde dich mit meinem Plasmasprudel des... Plasmasprudel des Todes ordentlich zurechtweisen. So sieht es für mich aus. WP gestiegen. Nuwelenstirnband. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, what? Sortieren. Automatisch ausrangieren. Steinmesser weg. Steinmesser weg. Wir haben so viel Scheiß. Aber ich weiß nicht, von was man sich alles trennen darf und kann. Wir haben so viel Gewalt. Das ist unfassbar. Wir haben zwei Korallenarmreif. Fö. Glaube ich. Morgentau-Elixier. Das kann auch definitiv weg. Wir brauchen davon gar nichts. So. Aber wir nehmen das Juwelenstirnband mit. Nämlich. Das ist eine ganz großartige Sache der Verteidigung. Was auch ein bisschen Spruchpower bringt, die wir nicht mit diesem Charakter casten, aber vielleicht mit den nächsten Charakteren. Oder vielleicht will man mal wieder so, oh jetzt haben wir wieder einen neuen Charakter dabei. Da können wir sowas bestimmt gebrauchen. Aber Verteidigung ist eh nur für Schwächlänge. Ich hab irgendwie das Gefühl. Oh komm. Wenn ich das jetzt richtig mache. Perfekt. Komme ich hier einmal drum rum. Ohne kämpfen zu müssen. Weil ich denke auch, wenn oben jetzt ein Boss warten sollte, könnte. Sind wir. Okay. Sind wir dafür. Guck mal wie groß der Turm einfach ist. Wie klein jeder einzelne Mensch hier ist. Zwischenspeichern. Ja. Wie klein jedes einzelne Wesen hier sein muss. Und wie groß einfach die Bauwerke waren von damals. Alles ist ja irgendwie kaputt. Und es ist unfassbar, wie groß das Ganze ist. Und hier haben wir den Kopf des Turms erreicht. Wir können jetzt hier. Das letzte Pumpwerk anmachen. Und dann passiert etwas magisches. Wasser. Wie die Dame sich das vorgestellt hat, fließt Wasser aus diesem Turm. Ohne Ende. Es. Es ist wie ein Traum. Es ist auch ein schönes Bild, nicht? Dass wirklich ein Regenbogen am Himmel steht. Sehr gut. Bis dahin speichern. Bitte speichern heißt das. Ja, gerne. Den Wasserturm fertig zu haben. Ein Glück. Und jetzt gucken wir mal, was wir auf der anderen Seite so machen können. Also wie wir mit der anderen Hauptstory so ein bisschen weiter kommen. Wir möchten natürlich Rückkehr des EGG. Da wollen wir noch nicht hin. Wir können nach Forgeland. Wir können nach Gürgel. Wir können Edelritter spielen. Wir können auch hier in alle anderen Städte. Wir gehen mal erstmal kurz in die Städte. Das wird uns jetzt nicht umbringen. Weil hier im Turm waren wir schon. Da werden wir wahrscheinlich nicht hin können. Ich hätte dichterin werden sollen. Ja. Gibt es irgendwelche interessanten Charaktere, die man hier treffen kann? Ich glaube sogar ein Laubholz gibt es nicht. Okay, danke. Im Laubholz gibt es nämlich nicht mal... In Laubholz gibt es nicht mal... ...einen Händler, so wie ich das verstanden habe. Hier gibt es einfach gar nichts. Vielleicht habe ich mich agiert und wir können vielleicht noch was kaufen. Oder mit irgendjemandem handeln. Hier geht es rein. Das ist so ein Laden. Interessant. Guten Tag. Ach, sind Bücher nicht was Schönes? Sie brauchen nur im Regal stehen und schon erweckt man einen gescheiten Eindruck. Ich wollte Geld sparen, um mir eine Puppe zu kaufen. Aber das hat dann doch nicht so gut geklappt. Deswegen wollte ich gucken, ob ich vielleicht nicht selber eine machen kann. Wir führen richtig abgefahrene Sachen. Oh, eine Eisenrüstung. Stahl. Stahl-Klamotten? Oh, Inventar-Faul. Moment! Ich muss Stahl-Sachen einkaufen. Das ist sehr wichtig. Denn, ihr wisst, Stahl ist anima-immun und wir brauchen etwas, was gegen anima-immun ist. Ich meine, das Spiegelschild ist schon nice. Das Labaschild ist genauso nice. Da brauche ich vielleicht kein neues Schild. Hier ist nochmal ein Mistelzweig. Ach. Ich weiß es doch auch nicht. Manche Sachen kann man ja dann doch gebrauchen, ne? Was haben wir diesen Amethyst-Splittern eigentlich? Da haben wir vier Stück von. Brauche ich die? Kann das weg? Ich schmeiß einen weg. Außerdem schmeiß ich eine Magierrobe weg, weil die sind auch wertlos. Ach, die Fontänen-Perle durften wir behalten. Ah, kein Wunder, dass mein Inventar so schnell voll war. Ich weiß ja natürlich trotzdem das ganze Inventar voller Kohle. Wir brauchen trotzdem noch die hier einmal. Und wir brauchen... Die führen richtig abgefahrene Sachen wie diese hier. Wir brauchen auf jeden Fall die komplette Stahlausrüstung. Ein Donnerschwert. Ein Druidenbogen. Mein Inventar ist fettvoll. Was kann ich denn hinter der Theke kaufen? Dasselbe. Schade. Na gut, okay, aber die haben wirklich abgefahrene Sachen hier in Laupholz. Ich dachte, das wäre so, oh, das wird die kleine Stadt am Rande. Äh, wo keiner irgendwie, aber... Nein, ich brauche kein Zimmer. Danke. Wir hätten auch fast genug, um einen... Nach Hause. Wir hätten auch fast genug, um nach, ähm, am Weißlauf zu gehen. Aber ich denke, dafür ist es auch alles noch zu früh. Nach Gürgel und so müssen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann lasst uns erstmal hier... Nach Fortchland auch nicht, da gibt es ja gar nichts. Ähm, lass uns hier den Edelritter machen. Salgon erbricht zum Steinbruch auf, um die Monster, die das Dorfheim suchen, zu vernichten. Salgon? Echt? Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Handlanger. Wir gehen mal hin. Schon wieder zum Steinbruch. Ich wusste, dass im Steinbruch noch mehr war. Also, doch im Steinbruch. Was denn, Schabina? Die Monster werden wir wohl nie loswerden. Es herrscht überall Krieg. Die Monster nähren sich von Anima und daran scheint es im Moment ja nicht zu mangeln. Wir sollten sie ausrotten, solange sie noch schwach sind. Für das Dorf. Auf geht's. Habe ich... Ach, diese Mine. Habe ich jetzt so Hampelpumpen dabei, oder was? Watts und Greta. Ich habe wirklich Hampelpumpen dabei. Ich bin sehr gespannt, ob wir das überleben mit der Gruppe. Und es ist uns die Frage, was wir finden mit ihm. Was wollen wir hier? Warum spielen wir ihn? Der war bis jetzt nicht wirklich... Super. Vielleicht wollte ich auch kämpfen. Der war bis jetzt nicht wirklich interessant, dieser Charakter. Der ist halt mitgelaufen. Und die anderen beiden können nicht mal in Einzelkämpfen teilnehmen. Was hat das mit dem Saigon auf sich? Ist der wirklich so mächtig, dass er eine eigene Geschichte braucht? Viele Mädchen. Nimm mal hier. Ich meine, das sind nur normale Dorfhampel. Die haben nichts mit uns zu tun. Die wohnen halt in irgendeinem Dorf und können einen Besen halten. Das ist doch jetzt nichts, worauf man stolz sein müsste. Und irgendwie ist es auch... Obwohl, die werden doch angegriffen. Ich war gerade so ein bisschen... Sieben Schaden. Okay. Alles klar. Wir brauchen... Noch mehr Ausrüstung. Beziehungsweise wir brauchen nicht auf die Zählen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir machen keinen Schaden an den Leuten. Und das ist überhaupt nicht akzeptabel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tornado. Schon besser. Ich war nie darauf ausgelegt, dass ich mal vernünftig Schaden mache. Ich war immer nur... Ja... Kämpfen. Muss das denn sein? Oh, die Verteidigung hat wirklich nach unten gerutscht. Das sind gerade nur drei Schaden. Und wir haben uns sieben Schaden gemacht. Jetzt macht es einfach 22. So, wir wollen Himmel und Hölle machen. Und zustoßen. Vielleicht lernen wir ja noch was. So am Rande der Veranstaltung. Das wäre schön. Obwohl, wenn er mit Himmel und Hölle dran ist, lernen wir wahrscheinlich da nicht mehr von. Gestand. Oh. Er lebt noch. Null Schaden. Yay. Ich habe ja so einen Zweifel. Gnade verrichtet. Lass uns bloß... Lass uns den Gegner bloß hinter uns bringen. Guck, wie flach er da hinten ist. Der ist immer... Der ist überhaupt nicht 3D. Der ist einfach in den Boden abgesunken. Warum? Was? Außerdem... Mein Salgon hat Schuhe an, also bei zwei Baguette seine Füße trägt. Sehr schön. Ich wollte es nur sagen. Ist mir aufgefallen. Nein, ich möchte nicht gegen die Vögel kämpfen. Das sind meistens Drachen. Ich möchte nicht gegen einen Drachen kämpfen. Auch nicht, wenn du bist, du sagst. Ich möchte nicht gegen einen Drachen kämpfen. Okay, hier geht es nicht lang, offensichtlich. Mist. Ah, schon besser. Ich hoffe, ich komme mich nicht auf iTunes, sondern ich komme jetzt wirklich nach unten. Hier den Loot haben wir irgendwie verpasst, warum auch immer. Das ärgert mich immer noch, dass der immer noch da rumsteht. Ah. Ah. Streitaxt. Inventar ist voll. Ah. Ich schleppe Gegenstände aus Gezeiten mit mir rum. Und ich will sie nicht loswerden. Ich habe nur Quells dabei. Jemand folgt uns. Wer ist da? Du hast mich bemerkt. Beeindruckend. Ich wollte sehen, wie gut du kämpfen kannst. Deswegen bin ich dir gefolgt, Salgon. Wer bist du? Gustav. Hier geht es um Leben oder Tod. Hör auf, herum zu zwitschern. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Was sagst du dazu? Verstärkung wäre nicht schlecht, aber... Mir gefällt das nicht, Salgon. Der Kerl ist mir irgendwie unheimlich. Ich schließe mich Watzmeinung an. Wir schaffen das doch alleine. Da hörst du es. Nimm es nicht persönlich. Dann werde ich... Dann werde ich mir das aus der Ferne angucken. Ah. Das ist die Verbindung zu Salgon. Er... Er trifft auf diesen merkwürdigen Gustav. Der... Nicht Gustav heißt, aber sich Gustav nennen will. Und überhaupt nichts mit Gustav zu tun hat. Außer, dass er... Jetzt die Haarfarbe hat wie Gustav. Und sich gerne so nennen möchte wie Gustav. Und irgendwie... Sein Königreich übernehmen will. Ich habe das irgendwie nicht richtig verstanden. Macht aber auch nichts. Tornado. Ich treffe es trotzdem noch zwei. Dann machen wir das. Ich meine... Wir kriegen wahrscheinlich sowieso nur einen kaputt. Weil die Entseelung wahrscheinlich unseren Supermeister erledigen wird. Ja, zum Glück habe ich gerade gespeichert. Schöne Windmühle. Wir werden sterben. Obwohl ich kann ja mit... Ich hoffe jetzt auch die Blume aktiv. Dann kann ich hier mit Wasser flüchten. Dann kann ich hier theoretisch mit Wasser helfen. Aber flüchten geht natürlich auch. Und ja, wir sind schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir werden beim nächsten Mal, wenn es wieder Saga Frontier 2 gibt, hier weitermachen. Ich bin sehr gespannt darauf, was wir über diesen Gustav herausfinden können. Was Salagon mit der ganzen Sache zu tun hat. Und ich freue mich jetzt schon auf die Rückkehr des EGG. Bis dahin. Ciao.